Hallo allerseits, herzlich willkommen zu Grease auf der Nintendo Switch. Wir starten hier mal ein neues Spiel. Ich werde bei diesem Spiel wohl etwas ruhiger und leiser sein als normal, damit wir das ordentlich genießen können. Ich werde bei diesem Spiel wiederholfen, aber ich werde bei diesem Spiel wiederholfen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und zwar ziemlich tief. Ja, den Sturz haben wir gut überstanden. Ah, ich kann mich schon bewegen. Grafisch auf jeden Fall, top! Also besonders die Animationen bis jetzt. Ja, jetzt können wir laufen. Ja, wir können auch springen. Auf jeden Fall ist das hier ein Grau in Grau. Die einzige Farbe ist momentan das Haar von der Dame. Ops, okay. Okay. Der fliegt uns nach. Oh, der fliegt nach. Nicht hier rauf. Doch, müssen wir. Ah. Was ist das? Hier drücken wird es auf jeden Fall was geben. Aber ich komme hier nicht drauf. Aber ich komme hier nicht drauf. Jetzt. Muss ich hier was drücken? Nö. Da nehme ich wohl an, dass wir hier dann eine Möglichkeit oder Fähigkeit erlernen, diese Töne hier drüben zu nutzen. Okay, ist sehr, sehr schön. Jedenfalls sind wir jetzt oben. Oh, da kann ich rüber. Aha, den einen haben wir jetzt bekommen. Jetzt können wir auch hier drüber. Wunderbar. Wunderbar. Das ist wohl die Hand, wo wir drauf gestalten. Und wir schweben. Oh, ein Teil der Farbe kehrt. Oh. Ein Teil der Farbe kehrt zurück. Das ist schön. Rot. Eine Farbe wurde zurückgebracht. Wie schön. Okay. 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 Auf jeden Fall interessant, was hier immer so passiert nebenbei. auch, dass das Spiel eigentlich ohne Text, ohne Sprache auskommt. auskommt. Hier ging es runter, aber hier geht es auch rauf. Die Frage ist, wo sollen wir hin? Hier kommen wir gar nicht weiter. So müssen wir ohnehin hier hin gehen. Oh. Hier geht es morning. Oh. Ah, ein Teil jetzt? Oh. Oh. Oh, das ist schön. So. Oh. 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 Wir fangen wieder mal. Schön. Okay, da das Spiel nicht sonderlich lang ist, will ich hier auch nicht weiter spoilern. Darum war es das für heute. Vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. 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 Ciao.